Hallo zusammen! Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden, der Volksrepublik Dornetsk, sagte TASS, dass Dutzende von Kriegsgefangenen der ukrainischen Streitkräfte Dokumente eingereicht haben, um Pässe der russischen Föderation zu erhalten, um weiter in die Reihen des in der Republik gebildeten Bogdan-Kmelnytski-Freiwilligenbataillons einzutreten. Mehrere Dutzend Kriegsgefangene haben Dokumente eingereicht und eine Fingerabdruckprozedur bestanden. Um russische Pässe zu erhalten, und die Möglichkeit, in das von Bogdan-Kmelnytski gebildete Bataillon einzutreten, sagte der Gesprächspartner der Agentur. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass die aus der ukrainischen Gefangenschaft befreiten russischen Soldaten zur Rehabilitation und Behandlung nach Moskau geschickt werden. Am 24. Februar 2022 erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, er habe die Entscheidung getroffen, eine Spezialoperation zum Schutz des Donbass durchzuführen, als Antwort auf eine Bitte um Hilfe von den Staats- und Regierungschefs der Volksrepublik Lugansk und Dornetsk, LC und DNR. Ihm zufolge besteht der Zweck der militärischen Operationen darin, das Nachbarland zu entmilitarisieren, und seine Behörden zu entnazifizieren. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.